Was ist das Besondere für euch am Hohlerberg? Mitten im Wald der Kirchen gegenüber, das Fest ist brutal. Es ist fett und geil da. Ganz was anderes, als ich jetzt anders finde. Es ist voll geil da, ich würde es immer wieder machen. Und dann arbeiten sie mit einer Kalahplik-Masche. Alter wo 이름st du dich? Ich höre über dich. Es funktioniert – mit einem Schluennen auf den Betform! Alles Girls ع Ass Musik Von wo seid ihr her? Bezicheres Tier. Von Neidorf. Wir sind von Niederbayern. Haltenberg, Herr Hasler. Servus, Andi, grüß dich. Du bist unser Corona-Beauftragter vom Hollerbergfest. Erzähl mal, wie rennt das an bei uns am Hollerbergfest? Wir machen die Online-Registrierung. Alle anderen können sich da auf einen Zettel eintragen. Und es wird 3G ganz genau kontrolliert, inklusive Ausweiskontrolle, damit wir wirklich schauen, dass das alles ordentlich ist und dass wir unser Fest auch mit Sicherheit machen können. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.